Der Insolvenzantrag vom 27. März hat die Mitarbeiter von Solarwild tief getroffen. Aus der Sicht des Betriebsrates gab es folgende Erklärung dafür. Das Unternehmen ist wiederholt in die Schieflage, in die wirtschaftliche Schieflage geraten. Und da war es dann notwendig, wieder Insolvenz zu beantragen. Also es sind die genügend Gelder da, um alle Rechnungen zu bezahlen und auch die Zukunft des Unternehmens weiter zu gewährleisten. Und aus diesem Grund musste der Insolvenzantrag gestellt werden. Wir hatten uns ja hier in Freiberg nach wie vor auf die Modulproduktion konzentriert. Also für die Modulproduktion wurde Insolvenz beantragt. Genauso betrifft das aber auch die Standorte in Bonn, wo eine Verwaltung noch war. Und in Arnstadt, weil wir ja alle zu einer großen Firma zusammengeschmolzen waren. In Arnstadt haben wir Zellen produziert. Auch die sind davon betroffen. In Freiberg sind von der Insolvenz 315 Mitarbeiter betroffen. Wir haben jetzt als Betriebsrat diese Woche einen Termin mit der Insolvenzverwaltung. Dort werden wir natürlich gucken und auch uns wieder stark machen, falls es zum Personalabbau kommt, dass es wieder eine Transfergesellschaft gibt. Das hat in der Vergangenheit sehr gut geklappt, um den Mitarbeitern einfach eine Übergangszeit auch zu gewährleisten, wo sie sich einen Job suchen könnten. Allerdings muss vorher geklärt werden, gibt es denn vielleicht einen Investor, der hier wieder einsteigt und Module in größerem Maße produziert. Oder wie geht es denn überhaupt weiter mit dem Unternehmen hier? Im Monat März gab es Probleme bei der Lohnzahnung. Wir hatten jetzt im März die Löhne, die waren nach Ausstehen. Die hätten eigentlich gezahlt werden müssen, aber aufgrund des Insolvenzantrags sind sie nicht gezahlt worden. Die Arbeitsagentur ist hier eingesprungen und hat uns vorige Woche in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter die Löhne gezahlt, sodass die Mitarbeiter erstmal ihre Mieten und ihre Kosten ganz normal weiter bezahlen können. Und die vorläufige Insolvenzvorfinanzierung ist auch gewährleistet für die drei Monate. Aus Sicht des Betriebsrates wurden im Unternehmen einige Fehler gemacht. Also man hat wahrscheinlich das Ganze unterschätzt. Man ist davon ausgegangen, dass man die freistehenden Gebäude, wie zum Beispiel in Hilbersdorf, schneller an Mann bekommt und auch zu einem dementsprechenden Preis. Dann hat man unterschätzt, dass die Module, dass die Marke Solar Wild natürlich erst wieder Vertrauen beim Kunden aufbauen musste. Und das sind so Fehler, die auf jeden Fall nie korrekt eingeschätzt wurden. Und außerdem ist nie besonders viel Veränderungen eingetreten in der Solar Wild. Also wenn man so rückblickend schaut, ist es doch schon gewesen, wir haben eigentlich alles so gemacht wie vorher und das hat vorher schon mal nicht geklappt. Natürlich stellt sich die Frage, gibt es überhaupt noch eine Zukunftschance für das Unternehmen? Wenn es den entsprechenden Investor gibt, der nicht bloß Kleinstmengen fertigen will, sondern vielleicht auch groß einsteigen will und in Europa Fuß fassen will, gibt es aus unserer Sicht schon eine Möglichkeit, hier in Freiberg weiter zu produzieren, Module zu produzieren. Ob es in Arnstadt weitergeht, ist eher anzuzweifeln, zumal man jetzt die Zellen schon günstig am Markt kaufen kann. Aber da sind wir auch ganz offen, also wenn sich da ein Investor findet, immer her damit. Für die Bonno-Kollegen sieht es zum Zeitpunkt jetzt eher schlecht aus. Was natürlich sehr tragisch ist, aber ich gehe mal davon aus, dass der Markt in Bonn die 40 Kollegen dort mit aufnehmen kann. Hier am Standort in Freiberg auf der Alfred-Lange-Straße passiert gegenwärtig Folgendes. Unsere Produktion läuft nach wie vor. Wir verarbeiten das Material, was wir da haben. Einige Kollegen sind dafür eingeteilt, dass noch Auktionen vorbereitet werden aus der letzten Insolvenz. Also da wird es dann demnächst vielleicht wieder eine Auktion geben. Und außerdem werden die Gebäude noch weiterhin beräumt. Die waren ja lange noch nie alle leer. Und auch da unterstützen die Kollegen mit. Also es sind hier alle am Arbeiten. In der Verwaltung ist es ganz normal. Die Vorgänge müssen wieder vorbereitet werden. Finanz- und Rechnungswesen hat besonders viel zu tun. Also es ist unterschiedlich die Belastung, aber jeder hat hier auf jeden Fall noch zu tun mit der Insolvenz. Seitens der Politik sieht die Unterstützung wie folgt aus. Wir wissen, dass wohl die sächsische Staatsregierung sich aktiv mit an dem Verkauf der Gebäude hier beteiligt, sodass auch andere Unternehmen durchaus hier in Freiberg wieder Fuß fassen können. Wir wissen, dass wir hier in Freiberg- und Rechnungswesen haben.